Oh. Und hier und da und... Oh man. Na komm. Scheiße, Alter. Shit, shit, shit. Scheiße. Na gut, mit dem Timing läuft es nicht so gut bei mir. Ach. Ah, nur weil er den falschen Typen fixiert hat. Na gut, wo wäre es mit Feuer? Ja. Na los. Scheiße, ey. Scheiße, ey. Hier. Okay, der erste down. Und der letzte, komm. Schau. Ach. Ach. Äck. Ach. 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 untersuchen so gibt es irgendwelche hinweise vielleicht noch weil das sind ja ein interessanter ort ok hier kann man nichts mehr finden na gut erstmal in Fintar gucken na gut ist alles natürlich ziemlich stark und so wir müssen auch langsam was verkaufen weil vieles was wir haben ist leider ein bisschen ein bisschen schwer na gut Questgegenstände dieses Teil gut weiter gucken so steigt mal den Ruf schöner Reiter ich bin Talkard ich bin Talkard ok hier rein so hallo wie geht es wie geht es ist es gut wie wäre es nicht sehen wie ich die beste in den Islern einfach mal hier 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 die 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 hier die dass wie sie es Zu Ragnarok und beyond. Hm, dann schau ich mal. Du musst ein paar Räume von Gwent spielen. Das sollte mich direkt machen. Na gut, wir haben ja nichts anderes, also. Oh. Mit den Elfen spielt er. Mit den Elfen. Na gut, kann man davon was wegwerfen. Ich bin ja eigentlich für, ähm, den hier. Vielleicht bin ich doch nicht für den. Na gut, komm. Dann kämpfen wir damit. So, was haben wir denn? Kämpfe, fangen wir an. Wie bauen wir eine Verteidigung auf? Fangen wir mal mit dem Typen an. Oh. So. Einen Moment bitte. So, ich guck mal kurz nach. So Freunde, ich bin ja da. Das hat sich nicht verändert. Anscheinend hat der Typ, äh, kleines Problem. Ne, der hat sein Ding jetzt gesteckt. Ja, das habe ich nicht mehr bekommen. So. 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 Ich hoffe, es war das Falsche. Ne, wir werden jetzt doch passen. Scheiße. Na gut. Haben wir halt eine verloren. So, machen wir das hier. Schön. Also wir müssen diese Runde gewinnen. Das ist leider tatsächlich Fakt. Wir müssen diese Runde gewinnen. Misty, 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 Misty. Oh, nein. Was haben wir denn hier? Aber nicht so wirklich interessante Sachen. Die müssen wir aufgeben, ha? Oder wir sagen, die hier setzen. Und das hier noch dazu. Na gut. Bringt jetzt auch nichts mehr. Er hat einfach bessere Karten. Alter. Na gut. Ich will ja nicht so sein. Aber wir kriegen jetzt eine Karte. Weil wir ja gewonnen haben. Na gut. Da kann jemanden wiederbeleben. Na gut. Und wenn er noch zwei halbstarige Karten hat, dann ist er auch schon wieder der Sieger. Na gut. Was soll man sagen? Gut gespielt. Die sind alle besser als ich aktuell. Oder ich spiele irgendwie komisch. Na gut. Wenn wir mal gucken müssen. Vielleicht ist der hier schlechter. Ich sehe, du kommst von weit. Oder ich planeisierst, die Suppe ist ein Wager. Nicht mindestens, ich schau dir auf deine Stock. Ah, nichts. Gut. Ich kriege ein paar Karten, ich werde ein glücklicher Mann sein. Mit deinen Händen, oder ich werde dich töten. Noch nicht mal strömischen Regen, ey. Strömischen Regen, meine ich natürlich. Äh, hätte ich mal doch nicht. Ich bin, ich darf anfangen machen. Naja, wenn das so ist. Ich hab ne Idee. Also wenn wir mit so welchen Mitteln kämpfen, ja, dann bleibt mir nichts anderes übrig. So, nochmal den hier. Doppelten und... Schön. Scheiße Alter, ist der krass. Tcht, 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 tcht. Naja, gleich stan, was soll man das machen? Ja, am besten wir lassen diese Runde gewinnen, oder? Eigentlich ist das das Glückste, was wir machen können, oder? Ne, 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 ne. Diesmal mache ich das nicht. Diesmal werden wir hier keine Runde verlieren. Okay, das war dumm. Wir hätten jetzt das machen müssen. Mann, 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 Mann. Ah, gut. Macht es schon mal schön für mich. Denn es mir einen kleinen Vorteil gibt. Rundenbeginn. Ich dürfte jetzt eine Karte kriegen. Das ist eine schöne Karte. Leck mir die Eier. Ja, ich habe die richtige Karte gezogen. Ich habe die richtige Karte gezogen. Das ist mir jetzt sowas von egal, was der jetzt noch bringt. So, die hier jetzt zählt er auch noch. Wow, das wird am Ende eine hohe Zahl. Ich meine, der ist schon bei... Wow, der hat schon gepasst. Okay, jetzt muss ich gucken, wie ich hier am Ende spiele. So. Und die hier noch... Ja, wobei, erstmal die hier. Einfach mal so. Oh, Akku fast aufgebraucht. Von meinem Handy. Ähm. 23. So, was auf jeden Fall nicht hilft, ist irgendwie eine Nahkämpferkarte. Also, auf jeden Fall den hier. Weil der ist der Schreckste, den wir aktuell haben. So. Als nächstes das hier. Einfach mal so. Wow. Alle ge... Oh, Alter. Vater. Das war ja krass. Und nice. Das war wunderschön. Das freut mich. 20 Kronen und... Kevler-Unterstützer. Unterstützer, Unterstützer. Kevler-Belagerungskarte. Ah, das ist der falsche. Okay. Und wir sind einen Schritt weitergekommen. Was kann man mehr von mir verlangen? Moment, 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 Moment. Erstmal hier drauf gucken. Auftrag Drache. Ah, da kriegen wir neue Aufträge. Na gut. Na gut. Ja, lassen wir doch um mit dir reden, ha? Kann ich nicht. Gibt es hier? Nein. Dann. Ja. Ja, aber nicht uns. Der Witcher. Warum beschäftigen Sie den Witchman? Wie es nicht, dass wir ein paar Wolken haben. Aber sie haben dich so gefeiert, dass du dich in den Spektren hast. Ich werde mich ein paar Sturdy-Lads machen, und wir... Es wird nicht notwendig sein. Der Witcher wird helfen, oder? Du schaust uns das. Verlfog, dummer Stumps. Das Hunter, könnte er sein? Vielleicht waren es nur Wolse. Ich weiß, was ich gesehen habe. Beside, wer ist hier zu sagen? Die Blakke haben keine Schein von Schein-Lässen. Der Blakke hat einen Schuss aus dem Schuss. Der Blakke hat einen Schuss aus dem Schuss. Der Blakke hat einen Schuss auf dem Schuss. Ach, das ist sicher? Ah, das stimmt. Das stimmt nicht. Das ist auch nicht zu glauben. Die Monster hat mich verletzt. Ich brauche einen Wäscher, nicht einen Wäscher. Du bist von Faro? Du hast einen langen Weg. Das ist einfach passiert. Ich kam zu Firsdal, um ein Heid von Sforlag zu verraten. Sforlag? Ich dachte, du bist von Faro. Sforlag ist auf Spikerog. Ah, du hast, erst bin ich von Faro nach Sforlag zu verraten. Ich verratete ein paar Loot aus dem Kontinent für Heid, und dann kam hier. Faro nach Spikerog nach Ard Skellig. Hm. Ein Runde nachher. Ich hatte keine Wahl, hatte ich? Ein Wäscher zu verraten, wo es gut ist. Nicht wo es nahe handelt. Okay. Was ist das? Sag mir. Ich und mein Freund haben wir hier nach Firsdal mit einem Heid mit einem Heid. Wir haben plötzlich gehört, unser Hörscher wurde spukiert, und dann, und dann, monstern aus den Wäschern. Mein Freund hat eine kleine Hörscher. Sie haben ihn zuerst. Mit einem Geheimnis habe ich geschafft. Welches monstern? Neckers. Kein Wäscher. Was? Du kennst, die Hörscher, die Hörscher, Neckers? Ja, Neckers. Neckers. 20 von ihnen. So will you help? Will you kill the bastards? That road needs to be clear. Aim to travel it again soon. I'll help you. Grand. Knew a Witcher wouldn't let me down. Not like some waffly prick from Clan Drumden. Or Clan Drummond. Good luck Witcher. Fare you well. Wait. Where should I look for you? What? Once I finish. Where will I find you? Oh. Hey, hey. Here. I mean in the Tavern nearby. I'll await you there. Fine. See ya. �� còn The Glomerick spots Well… Any… For discord… If this is a big job… I throught first. Can we unquote give up? No we don't have a good job. We need aャ Fleetwood dicht vielleicht treffen wir auf zufall aus zufall auf diese dinger da wäre schon ein bisschen ich glaube ich möchte aber tatsächlich erst mal Komm schon, Roach! Oh! Ah, level up! Okay. Warte! Fürchte dich nicht! Warte, ich bin hier. Okay. Okay, komm. Hier sind aber noch ein oder zwei. Na genau, da ist einer und da hinten ist einer. Warte, wie viel hier sind. Okay, ich hatte das Gefühl, das ist nicht die richtige Quest. Also... Bitte weiter rein. Alter, was ist hier los? Ich glaube, es wird mir ein bisschen zu viel. Na gut, ich erschöne nicht meinen Kampf. Ey, ich will doch nicht auf... Boah. So, Bär. So, ich fände doch noch schon gut. Ich bin hier. 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 Auf jeden Fall will ich eher in die Richtung reiten, weil da ist eine Strausee. Ich bin hier. Oh, komm. Ah. Was haben wir denn hier? Was ist mit dir? Scheiße. Ist das Büroschutz? Nee. Fuck. Na gut. Bam. Bam. Du machst hier nicht so rum. Okay. Du willst noch was? Ja. Dann brenn wir schon. Du hast heute nichts gebracht. Ah, schön. Na gut. Ist ja noch was. Ich glaube es ist nur so eine Mauer. Mehr ist es nicht. Na gut. Dann können wir tatsächlich sogar als Schnellreise benutzen. Wow. Oh. Äh, nee. Das will ich gar nicht. Ich will eher auf das Ding da hier. Ne? Na gut. Wir wollen nach Norden. Genau gesagt. Oh. Dahin. Tja. Tja. Wenn's nichts anderes ist. Tja. Tja. Vielen Dank.